Untertitelung des ZDF, 2020 Für die gesunde Ernährung ihres Babys, HIP-Spitzenqualität, das Beste aus der Natur. Und nun, liebe Zuschauer, möchte ich Sie für morgen Abend einladen zum gemeinsamen Singen. Der Mai beginnt und Lieder gehören mit dazu, wenn man seine Freude über diesen Monat lauthals zum Ausdruck bringen möchte. Hans-Georg Poneski und Jürgen Schulz sind Gastgeber im Palast der Republik, wenn es um 20 Uhr wieder einmal heißt, alles singt. Der Mai ist gekommen 51 Mal war